Liebe alle Mann, für 2019 haben wir uns mal wieder was Schönes für uns, aber auch für euch einfallen lassen. Und zwar arbeiten wir mit einer App zusammen namens MyFavorito. Was bedeutet MyFavorito? Es ist eine App, in der wir Gelder generieren, um natürlich idealerweise den Kader für Fuads Truppe nächstes Jahr etwas mehr stärken zu können. Was könnt ihr machen? Wie könnt ihr unterstützen? Ihr nehmt euer Smartphone, ladet die App runter, das habe ich natürlich schon getan, sucht hier oben nach Alemannia Aachen, ist bei mir unter den Favoriten natürlicher Nummer 1. Hier geht ihr auf die Stores, da sind sie alle drin. Unsere fünf Partner mit unserem Fanshop 6, unter anderem mit den Karolus-Thermen, Rewe Reinerts, Tiernahrung Lob, Vapiano und World of Fitness. Und am Beispiel von World of Fitness will ich euch einmal zeigen, wie das funktioniert. Ihr klickt auf World of Fitness, dann seht ihr hier den Deal, den sie uns anbieten und das ist aktuell für ein Probetraining 1 Euro. Ihr geht also hin, macht ein Probetraining, bekommt an der Kasse nach absolviertem Probetraining einen Coupon über 1 Euro. Ihr scannt den Euro, die Alemannia bekommt das Geld vom World of Fitness und ihr bekommt Treuepunkte von uns. Was könnt ihr mit den Treuepunkten machen? Entweder vielleicht bei uns im Fanshop eintauschen oder für ein Ticket, die Fahrt im Mannschaftsbus zum letzten Spiel. Wer weiß das schon, was ihr alles machen möchtet. So, ob das funktioniert, werde ich erst mal testen und fahre direkt zum Bof. Wollt ihr gerne ein Probetraining bei euch machen? Ja, gerne. Kommt doch durch das Dreckholz hier vorne einmal rein. Mein eigenes Körpergewicht ziehe ich oben. 75 Kilo. Ein Coupon von Mike Favorito. Ja. Den wollte ich noch gerne mitnehmen. Dann. Na ja, dass die mitmachen war ja sowieso klar und hier kenne ich mich ja auch aus wie in meiner Westentasche. Wir schauen mal eben, was die uns anbieten. Für 50 Euro gibt es 50 Cent als Coupon und für 80 Euro gibt es sogar 1 Euro. Dann mal rein. Babykarte oder Mike Favorito? Mike Favorito natürlich gerne. Dankeschön. Dankeschön. So. Bier ist verstaut. Coupon gescannt. Alamania ausgewählt. Ich habe Treuepunkte bekommen und die Alamania Geld. So kann es weitergehen. Ralf, da bin ich wieder und mein Favoritokoupon bitte. Danke, tschüss! Auch für Valdi eingekauft und gescannt und wieder Geld für die Alemannia und Treuepunkte für mich. Weiter geht's! Salat! Hallo! Alles in Ordnung? Das war alles super lecker. Das war 17,30. Und ich hätte gerne noch den Coupon von Beck. Ja. Dankeschön! Dankeschön! Schönen Tag! Dankeschön! Tschüss! Tschüss! Wahnsinn! Es ist nicht teurer, aber ein Euro für die Alemannia und Treuepunkte für mich. Freie Zeit habe ich heute mal ordentlich genutzt, einiges an Geld eingenommen und für mich natürlich ein paar Treuepunkte. Aber ich bin schon ein bisschen erschöpft und werde mich jetzt natürlich noch mehr erholen. Vielleicht gibt es hier natürlich auch noch was für die Alemannia. Ich schau mal nach. In dem Sinne! Ja! 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 Genau! Untertitelung des ZDF, 2020